Alexandre Calam, 1810 bis 1864 Der große Eiger, 1844 Alexandre Calam wurde 1810 in Vevey geboren und wuchs in Genf in armen Verhältnissen auf. Sein erstes Geld verdiente er im Bankgeschäft, in seiner Freizeit kolorierte er Landschaftsbilder. Ein Bankier, der auf sein Talent aufmerksam wurde, bezahlte ihm Unterricht beim bereits bekannten, jedoch nur wenig älteren Alpenmaler François Didet. Bald schon übertraf Calam diesen an Ruhm und wurde europaweit zum gefeierten Künstler, dessen Werke sich gut verkauften. 1835 bereiste er zum ersten Mal das Berner Oberland, wo er in der Folge häufig den Sommer verbrachte. Er machte Skizzen nach der Natur, die ihm dann im Genfer Atelier als Vorlage für die Ölgemälde dienten. Unser Bild zeigt eine hochalpine Gebirgslandschaft. Der Standpunkt des Malers liegt knapp über der Baumgrenze, zwischen der Wengernalp und der kleinen Scheidegg. Der Gipfel des Eigers befindet sich exakt in der Mitte des Bildes. Die dunkle Schlucht im Vordergrund und das Gegenlicht der aufgehenden Sonne lassen den Berg erhaben und unzugänglich erscheinen. Die helleren Farben des Hintergrundes verstärken die tiefen Wirkung. Im Unterschied zu Calams Darstellungen des tiefer gelegenen Gebirges, die häufig Wasserfälle, dunkle Wolken oder vom Wetter gezeichnete Tannen wiedergeben, wirkt diese Ansicht nicht dramatisch, sondern ruhig und friedlich. Als Vorlage für das Bild diente dem Künstler eine Tuschzeichnung in einem Skizzenheft. Calam ging es aber nicht um die exakte Wiedergabe der Wirklichkeit. So ist der Lichteinfall auf der Skizze kaum sichtbar und die Felsen im Vordergrund sind anders geformt. Zudem existiert von Calam ein kleinformatiges Ölbild, welches den Eiger vom kleinen Bergsee aus zeigt, der auf unserem Bild im Mittelgrund dargestellt ist. Diese kleinere Ansicht wiederum verweist auf eine ähnliche Darstellung des Neuenburger Landschaftsmalers Maximilien de Meuron, welche Calam bekannt war und als erste schweizerische Darstellung einer hochalpinen Landschaft gilt. Alexandre Calams Malerei steht in der Tradition der Romantik, welche die Natur als überwältigende Kraft und mit Pathos darstellt. Das Bild wurde 1921 von der Gottfried Keller Stiftung aus Privatbesitz erworben. Bevor es 2003 als Depositum ins Kunstmuseum gelangte, hing es in den Schweizer Botschaften in Paris und Helsinki und schließlich noch im Bundesratszimmer des Bundeshauses in Bern. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter.